GOLDFIRE STUDIOS ARKTIC AWAKENING Ja und herzlich willkommen zur Demo von ARKTIC AWAKENING Wir sind ein kleines Indie-Studio, das ein grosses Abenteuer entwickelt Vielen Dank, dass Sie sich unsere Demo angesehen haben Und fügen Sie uns bitte zu Ihrer Wunschliste hinzu, wenn Sie das Spiel mögen Ich habe auf Deutsch eingestellt, ist hier allerdings ein bisschen halbwegs gut übersetzt Aber ich lasse das jetzt mal Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich ins Spiel hinein Die Übersetzungen sind vorläufig und werden bei der Veröffentlichung verbessert Hoffentlich Goldfire Studios präsentiert Irgendwo in Alaska, April 20, 62 Der Ich habe mich überprüft, dass ich mich überprüft, dass ich mich überprüft habe. Donovan, 15 Minuten zu verabschieden. Welch, ich will never finish all this shit by then. Not even a bit funny, those rations are... Yeah, yeah, untwist those panties, Dale, about ready back here. I wouldn't be joking if the Pacific could swallow up your place, too. Just get us back by grub, like you said. Never did like these storms out to blue. I know the Autopilot can't handle for now, but look, if we hit those whitecaps at landing, we'd be glad I told you to skip lunch, before we left. Always thinking ahead, huh? whole world's melting suit? What do you do? I have a water plane. One, four, four, seven, two, five, eight, nine, ten, 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 ten. Switch to one, two, six, seven, zero, ten, ten. Hello, Kai. I thought you could use some company up here. Is it alright if I join you for a while? Sure, I suppose so. Can't let it get too quiet up here. So before I arrived, you were feeling... peaceful? Oh no, we're not doing that right now. If you continue avoiding these conversations, it will not look good on my report. Folks are counting on me, okay? And focus on the supply drop. But it appears that the autopilot is engaged. Maybe you should turn that focus toward your children instead. Hey, don't bring them into this. Not while I'm on the job. Damn, starving back here, staring at all these rations. Speaking of, you been to that new bar on 5th by Merrill? They got some mean reindeer sausage over there. Yeah, not really the bar type anymore. Oh, come on. Let's hit it when we get back. You know, break the new place in with some war stories. What do you say? He's done prepping those supplies. I'm taking that as he is. Hard sundown. You always save some of the choice grub for us men. That isn't what I... Just wrap up back there. We're nearly in range. You can almost taste it. You ain't had reindeer sausage till you've been to this place. I don't know how they do it. Fried, grilled, both. All that seasoning, though. Mmm. Mmm. You should consider it. A bit of mingling might be good for you. With you in tow, at a bet bar, they'd laugh me out of the place. Perhaps I could get you special dispensation from the court. I might even be allowed to watch over your children. Wonderful. See, that's gar nicht gut aus, eh? Oh, shit. Oh, shit. Hail, go. Gone? What do you mean, gone? I mean, gone. Just a game for a moment. Ah, just protect the cargo. First step, get down your boxes. We gotta pay. Come on. Come on. God, not again. Come back to me. Ain't no jump, man. Grab your ship. You ain't seen what I'm seeing. Just strap in and let me land her. Can't fly. I'm out of here. Stay locked. Yeah, well, you can't jump either. At least there's a chance. Arctic Awakening. Salven when... Matthew 니้wn. You're right. You can just... And me too. I need nothing. сос�� seventeen. I care. Iłu, you't know. One fell. I could have peatled. I mean, you're about me. Was ist passiert? Wo sind wir? Shit! Unser Flugzeug völlig zerstört. Donovan, bist du da? Wo ist der verdammte Drone? Dose essen? Vielleicht schlau mitzunehmen? Ich weiss, wir müssen eigentlich nach vorne laufen, aber ich dachte mir, dass man ja immer nach vorne läuft oder laufen soll, gehen wir zurück. Aber ich habe ihn nicht anzuvollt, ne? Erstmal schauen, ob Donovan noch lebt. Unser kleiner Helfer? Roboter? Was ist gut bei dir? Was ist gut bei dir? Oh mein Gott, haben wir geflogen? Haben wir alle gut? Ja. Jetzt kommen wir an. Wo ist Donovan? Ein Moment während ich schnau mit den Netzwerk. Wann ich das? Wann ich nicht? Wann ich nicht? Auf den normalen Channeln? никаких? Anywhere, in fact. Dann beginne zu spüren die Region für ihn. Oh. Nein, keine Angst. Es gibt viele andere Feuerwehren. Einfach inspektieren die Systeme. Mal sehen, ob wir sie können. Ich finde ein paar Branche für ein Feuer. Das ist wirklich nicht das, was ich für mich war. Sie sind beide Maschinen, oder? Ich glaube. Ich werde sehen, was ich machen kann. Notfallbox. Das sieht mir ziemlich nützlich aus. Stand da gerade der Weltraum? Dicke. Ich nehme einfach mal alles mit. Sammeln sie drei Zweige. Haben wir unendlich Inventar? Nein. Dieser Schneesturm. Chara. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Ist das der Roboter? Was machst du? Ich habe keine Ahnung was wir machen müssen, wo müssen wir hin? Haben wir ein Inventar? Haben wir? Oh Ein paar Sachen sind afrozisch Naja Kann ich dem Roboter sagen, dass er es machen soll? Den Lebensmittelbox Haben wir die Karte? Keine Ahnung Ich laufe da einfach mal irgendwo hin Und da ist eine Höhle glaube ich Ne Es ist bloß ein Stein Der Roboter kommt ja gar nicht hinterher Ich glaube es ist noch gut wenn der doch kommt Wenn wir den nicht verlieben Wenn wir den nicht verlieben Ich verstehe nicht ganz was wir jetzt machen müssen Ich habe die Zeige gesammelt Kannst du mir hilf Manifest. Emergency waterations. Manifest. 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 Ok. Ah, okay. Oh, okay. actually not designed for this type of situation. No thermal vision, no lasers, no useful functions whatsoever. Can you do anything to actually help? I am happy to talk it through with you. It is important to stay calm in situations like these. So that's a no. Great. Uh... can you just pile some more branches in here at least? Come on. Ich weiß, dass es hier etwas ist, das zu brennen wird. Die brennt doch sicher. Und dass noch Vorräte sind einfach dort. Die sollte sicherlich brennen. Kai, du musst wirklich fokussieren, auf dem Feuer zu starten. Vielleicht könnte ein paar Komponenten des Flughauses als ein besseres Kindling. Ja, was denn? Okay, man kann echt nur die Sachen ablegen. Der kann ich auch das für nicht starten. Doof. Vielleicht mit dem Dino. Hm. Vielleicht die Postkarte verbrennen oder die Bilder. Was zwar schade ist. Ja, das ist mir schon klar, dass das Feuer wichtig ist. Aber wie kann ich das denn starten? Ah, mit der Postkarte. Da muss etwas anderes sein. Doch nicht. Komisch. Ah, ok. Ja. Da muss man wirklich drauf kommen. Ja. 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 Da ist es schon. Ja. 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 Alright, well, I guess I have to get back out there and do the inspection myself.